Hallo aus dem herbstlichen Deutschland. Wir sind wieder zurück, das wisst ihr ja schon. Ehrlich gesagt schon seit zweieinhalb Wochen, aber ich habe bis jetzt noch absolut keine Zeit gehabt, euch irgendwie ein Update zu geben. Dadurch, dass wir jetzt so viel weg waren und wieder wegfahren nach Ungarn und dann haben wir auch in ein paar Wochen unseren Ägyptenurlaub. Und ja, die ganze Arbeit, das bleibt ja dann liegen und ich muss vorarbeiten. Deswegen gab es bis jetzt halt kein Video. Ich glaube, ihr habt das gar nicht so mitbekommen, dadurch, dass ich ja die Videotagebücher aus Ungarn nur zweimal die Woche hochgeladen habe. So war die Zeit für euch jetzt nicht so lang wie für mich. Also ich stand gefühlt ewig jetzt nicht mehr vor der Kamera. Und ja, es hat sich einiges getan in der Zeit, wo wir jetzt hier in Deutschland sind und darüber wollte ich heute mit euch sprechen. Das Erste, was ich euch sagen möchte, ist, dass wir nur zeigen, wie wir das machen. Das heißt nicht, dass das der richtige Weg ist mit dem Auswandern oder dass andere das so machen sollen. Auf gar keinen Fall. Wir geben hier keine Ratschläge, sondern wir begleiten uns einfach mit der Kamera, um das euch zu zeigen. Wenn wir jetzt einen Fehler machen oder mehrere Fehler, dann können andere daraus lernen oder wenn es klappt, dann kann man auch daraus lernen. Aber wie gesagt, also das sind keine Ratschläge, wie man das machen soll, sondern einfach nur wir begleiten uns mit der Kamera. Dann möchte ich mich bei euch allen bedanken für die vielen lieben Kommentare. Also ja, ihr fragt, wann kommt das nächste Video? Wir sind aufgeregt, wir fiebern richtig mit. Und ja, das freut uns total, wenn wir so nette Kommentare bekommen. Das spornt uns natürlich auch an, weiterzumachen, weil wir bekommen natürlich nicht nur gute Kommentare. Wir werden beschimpft und was weiß ich alles. Aber dazu möchte ich nicht, ja, darauf möchte ich nicht weiter eingehen, weil ich dem Ganzen nicht so viel Aufmerksamkeit geben möchte. Aber umso mehr tut es dann gut, ja, auch mal was Positives zu lesen. Oder was heißt auch mal, der meiste Teil ist sehr positiv. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Da freuen wir uns sehr, wenn wir so nette Kommentare bekommen. Ich habe mir übrigens Notizen geschrieben, damit ich nichts vergesse. Jetzt wollte ich aber mal starten. Also wir sind zweieinhalb Wochen jetzt schon wieder in Deutschland. Es ist richtig herbstlich, wie man sehen kann. Ich bin ja auf so einem Spielplatz oben auf dem Dach, damit ich hier nicht so beobachtet werde von den Menschen. Und ja, die Blätter fallen. Es ist schon richtig kühl. Und wo unser Haus steht in Ungarn, da ist es jetzt richtig schönes Wetter. Aber ja, was ist passiert? Ihr habt ja in dem Videotagebuch gesehen, dass wir erst einen sehr schlechten Kontakt hatten zu, ich nenne ihn mal Mr. XY. Hallo, falls du zuschaust. Ja, das habe ich euch ja gesagt. Also wir hatten das Gefühl, wir mussten ihm alles aus der Nase ziehen. Und wir wollten ja eigentlich ihn gar nicht mehr kontaktieren, um dieses Haus zu besichtigen. Gut, dass wir es doch getan haben, da es ja allen Anschein nach bis jetzt unser Traumhaus ist. Und ja, obwohl dieser Kontakt erst so schlecht war, wir wissen ja mittlerweile auch, warum das so war. Und das war sehr nachvollziehbar für uns, dieser Grund. Und ja, umso besser ist der Kontakt jetzt. Also in den zweieinhalb Wochen, die wir jetzt hier sind, wir bekommen regelmäßig Updates und Fotos von unserem Haus. Also es wurde Rasen gemäht an unserem Haus, weil das war ja richtig hoch. Man konnte das gar nicht richtig, ja, umgehen, das Haus. Es wurde der Rasen gemäht, davon haben wir Fotos bekommen. Vielen Dank dafür. Und ja, ein Architekt war vor Ort und hat sich das Haus angeschaut. Und das war auch alles super. Deswegen wurde auch der Rasen hauptsächlich gemäht, damit der Architekt halt vernünftig sich das Gebäude von allen Seiten anschauen kann. Und ja, das hat der Bernd aber gemacht mit Mr. XY. Und deswegen weiß ich da jetzt keine Details. Ich kann ihn ja nochmal fragen, falls ihr da genaue Sachen zu wissen möchtet. Aber ja, bei mir ist angekommen, es ist alles okay, hat der Architekt gesagt. Dann wurden auch die Aufräumarbeiten gemacht oder angefangen, halt der Dachboden leergeräumt, der Keller leergeräumt. Und in der Wohnung oder in dem Haus, da stand ja auch noch ein Sofa, ein Bett und ein Schreibtisch, meine ich, in einem Zimmer. Das wurde wohl leergeräumt. Und ja, das passiert also auch alles. Und dann musste ja, bevor der Anwalt kontaktiert wird, dass der da halt alles fertig machen soll, die Verträge und alles prüfen soll, musste ja erstmal der Architekt sein Go geben, dass dieses Haus auch wirklich so viel wert ist, wie wir dafür bezahlen. Und deswegen wurde dann jetzt erst vor ein paar Tagen der Anwalt eingeschaltet. Und er prüft jetzt oder hat schon einen Brief von der Bank bekommen, von der OTP-Bank, wo dann halt die aktuellen, der aktuelle Stand der Schulden draufsteht. Das wissen wir jetzt auch. Und das ist auch alles super. Wir hatten ja erst Angst, dass es mehr ist. Aber das war ja aus 2008, was in dem Grundbuchauszug stand. Und jetzt haben wir einen aktuellen. Also es wurde getilgt die ganzen Jahre und somit wissen wir, wie viel Schulden genau darauf sind. Und der Plan ist dann so. Wo war ich? Worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ich erzähle einfach weiter. Wenn es ein bisschen durcheinander ist, es tut mir leid. Ich bin mega aufgeregt über diese ganze Geschichte. Der Plan ist dann so. Wir fahren nach Ungarn und haben dann einen Termin bei dem Anwalt. Vorab schickt er uns den Vertrag auf Ungarisch, sodass wir hier in Deutschland einen Übersetzer beauftragen können und uns diesen Vertrag übersetzen lassen können. Ob das auch alles so in unserem Sinne ist. Wenn es nicht in unserem Sinne ist, dann können wir noch Änderungen mit einbauen, die wir dann wieder vom Übersetzer übersetzen lassen. Gott sei Dank geht das alles per E-Mail heutzutage. So ist das wesentlich schneller. Und ja, dann fahren wir nach Ungarn an einem Samstag. Morgen fahren wir los. Wir fahren durch. Mein Sohn bleibt diesmal dann wirklich zu Hause, da er ja in die Schule muss. Der geht zur Oma. So fahre ich dann mit dem Bernd alleine. Und wir bleiben bis Mittwoch. Also sind das Sonntag, Montag, Dienstag drei Tage, die wir komplett da sind. An einem Tag haben wir dann den Termin beim Anwalt. Wir werden dort den Vertrag unterschreiben, den Kaufvertrag. Und dann gehört das Haus wohl schon uns. Wir haben aber dann noch nichts bezahlt. Wir gehen dann gemeinsam mit der Besitzerin und einer Übersetzerin zur OTP-Bank. Dort bezahlen wir dann die Schulden, dass die ausgeglichen sind. Da bekommen wir ja dann einen Beleg für. Und mit diesem Beleg muss die Besitzerin zum Grundbuchamt, wenn ich es richtig verstanden habe, um das zu zeigen, den Beleg, dass die Schulden bezahlt sind. Und dann wird das aus dem Grundbuchamt gestrichen. Dann ist das Haus schuldenfrei. Es gehört uns dann ja schon. Und erst dann, wenn das alles erledigt ist, und das muss auch die Verkäuferin bezahlen, diese Gebühr, dass das beim Grundbuchamt ausgetragen wird. Und erst dann, wenn das alles erledigt ist, dann bekommt die Verkäuferin das restliche Geld von uns. Wenn ich das jetzt alles richtig verstanden habe. So sollte das laufen. Aber ihr werdet mir sicherlich in die Kommentare schreiben, ob das so voll vonstatten geht oder nicht und ob das richtig ist oder nicht. Ja, und dann ist das unser Haus. Schuldenfrei, hoffentlich. Jetzt muss ich mal eben auf meinem schlauen Zettel nachlesen, damit ich nichts vergesse. Ja, und dann können wir in unserem Haus in Auftrag geben an Mr. XY, was gerne oder bitte renoviert oder saniert werden soll. Wir werden dann ja erst mal halt die Fenster austauschen lassen und die Türen und die Wände, dass sie neu verputzt sind. Vorher sollte in die Stromleitung gemacht werden und schon mal Heizung, dass das irgendwie schon mal vorgelegt ist, aber es wird noch keine Heizung installiert. Und dann werden die Wände verputzt und gestrichen und neue Böden reingemacht. Und eine neue Haustür. Ja, ich glaube, das war erst mal alles. Und ja, das wird dann halt Mr. XY machen und vermitteln, Arbeiter vermitteln. Und er ist ja auch direkt vor Ort und wir hoffen auf viele, viele Update-Fotos. Und ja, da würden wir uns mega freuen. Das machen wir noch, wenn wir vor Ort sind, dass wir dann auch da sind und ausmessen können. Wir waren sogar schon bei Ikea, das darf ich gar keinem erzählen. Haben Teller geholt und Besteck und sowas. Das steht jetzt bei uns in der Garage. Wir haben es nicht mehr ausgehalten. Das nehmen wir dann mit, wenn wir jetzt Ende September nach Ungarn fahren und stellen das schon mal auf den Dachboden, dass das schon mal da ist. Ja, apropos fahren und packen. Dazu muss ich gleich auch noch was sagen. Ja, jedenfalls muss dann ja auch noch der Strom und das Wasser angemeldet werden. Und Mr. XY meinte, dass das halt teilweise sehr lange dauern kann. Weil da, wo man hin muss, weiß ich jetzt nicht wo. Es tut mir leid. Ich werde euch das nochmal in einem weiteren Video dann genauer erzählen. Ja, das kann halt sehr lange dauern. Und da haben wir gefragt, ob er das für uns machen kann. Und ja, das macht er Gott sei Dank auch. Also damit haben wir dann nichts zu tun. Gott sei Dank. Klar, sag ich ganz klar. Mr. XY kriegt dafür Geld von uns. Das ist sein Job. Also er macht sowas, um sein Geld zu verdienen. Und das ist jetzt nicht irgendwie aus Nächstenliebe oder so, nur dass ihr das wisst. Und wir finden das auch super, dass er das anbietet überhaupt für uns oder für andere natürlich auch. Aber ja, so das erleichtert uns das Ganze natürlich ein bisschen. Dadurch, dass wir selbstständig sind und das jetzt ziemlich spontan ist und wir leider schon den Ägyptenurlaub gebucht haben. Wenn wir nicht mit Freunden zusammen fliegen würden, dann würden wir den absagen, haben wir schon gesagt. Da würden wir lieber nach Ungarn fliegen, äh fahren. Aber ja, wir fliegen halt mit Freunden zusammen nach Ägypten in den Herbstferien. Und ja, ist zwar auch schön, ist ja jetzt nicht so, dass man sich da quälen muss. Schön zwei Wochen all inclusive. Aber ja, uns wird es jetzt halt eher nach Ungarn ziehen. Aber naja, ist jetzt halt so. Aber somit haben wir halt nicht die Zeit, da alles selber jetzt anzumelden und so. Und sind sehr dankbar, dass Mr. XY das anbietet, diesen Service. Ja, und wo ich dann gerade schon erzählt habe über... Ist euch was im Mund? Ein Haar. Ihh, ein Haar im Mund. Und ja, ich habe euch ja erzählt, dass wir schon fleißig eingekauft haben. Also wir haben bei Ikea halt Haushaltssachen gekauft schon. Dann hatten die bei Aldi im Angebot dieses Holzschutzwettergel für außen. Also wir haben ja hier so auch so ein Holzdach im vorderen Eingangsbereich. Und da haben wir auch eine Schleifmaschine schon und alles für, um das abzuschleifen und um das dann zu streichen und so. Ja, und das wollen wir halt schon mal mitnehmen. Das passt auch Gott sei Dank alles in den Corsa rein. Dadurch, dass mein Sohn ja diesmal leider nicht mit kann. Aber dann können wir das alles schon mal dahin bringen. Nur für die Zukunft brauchen wir definitiv ein größeres Auto. Wir haben ja noch den Renault Kangoo, den älteren. Den können wir allerdings dafür nicht nehmen, weil das ja der Firmenwagen ist. Und da können wir jetzt nicht, keine Ahnung, fünfmal im Jahr 3000 Kilometer mitfahren. Deswegen brauchen wir ein neues Auto. Wir haben uns schon umgeschaut. Und dadurch, dass wir ja sehr viel fahren werden dann in naher Zukunft, hatten wir einen Diesel überlegt. Aber da ist ja jetzt hier mit Diesel, keine Ahnung, darf man nicht fahren und so. Und ja, wollen wir ein relativ neues Auto haben. Aber das haben wir jetzt erstmal auf nächstes Jahr verschoben. Dadurch, dass wir so viel im Urlaub sind und das Weihnachtsgeschäft naht. Und ja, haben wir das jetzt erstmal verschoben. Bis nächstes Jahr wird es jetzt der Corsa auch noch tun. Und ja, also, das wollte ich euch auch noch sagen, dass wir ein neues Auto suchen. Und ja, das war erstmal jetzt alles von meiner Liste. Jetzt seid ihr wieder up to date. Und jetzt sind wir bei, ja, 14 Minuten. Wenn ich das Video schneide, meine ganzen Schmatzer und Öss und Öms rausschneide, dann sind das knapp 10 Minuten, das Video. Und dann muss ich das auch nicht wieder teilen. Das tut mir leid nochmal, dass die Videotagebücher immer so geteilt wurden. Aber ja, eine halbe Stunde Video, das wird nicht bis zum Ende geguckt teilweise. Und ja, ist dann halt schade drum. Und ja, ich drehe jetzt noch ein Video direkt im Anschluss von dem hier. Und zwar ein Q&A-Video. Ihr habt so viele Fragen in die Kommentare gestellt. Und die, die am häufigsten gestellt wurden, ups, die, die am häufigsten gestellt wurden, die werde ich jetzt in einem Video beantworten oder was zu sagen. Und ja, das seht ihr dann beim nächsten Mal. Und danach die Videos sind wir dann wieder in Ungarn und zeigen euch, wie wir die Verträge unterschreiben und die Schulden bezahlen bei der Bank und alles. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine schöne Zeit und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!